In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitszeile. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Krieg ist ein gefährliches Spiel, mein Lord. Wie ihr seht. Das hat er nicht verbuggt gemacht. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitszeile. Das Problem ist, er macht die Zeit, er macht jetzt freundlich die Arbeit da. Es werden Rekunzen benötigt sein. Es werden Rekunzen benötigt. Zahre Befehle? Mein Lord. Und sage ich, ich verliere. Ach wirklich? Danke, Sherlock Holmes. Okay, die haben es uns jetzt echt gezeigt in der Kombination. Danke übrigens für deine Hilfe. Oh, ist immer noch hier drin. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitszeile. Es werden Rekunzen benötigt sein. Der Herr ist allgemein. In diesem Gebäude gibt es keine Rekunzen benötigt sein. Es werden Rekunzen benötigt sein. In diesem Gebäude gibt es keine Rekunzen benötigt sein. Es werden Rekunzen benötigt sein. Wir stehen zurück. Die Lurine-Kargrie. So, jetzt kann ich meine Wirtschaft vielleicht endlich mal erholen. Hör doch mal auf, lass. Boah, ich habe schon hauptenweise verloren jetzt. So, das war ein sehr hartes Stück Arbeit, sagt man es mal so. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Haben wir jetzt endlich mal ein bisschen Ruhe. War das jetzt die Rache dafür, dass ich das Schwein vernichtet habe? Da brauche ich jetzt hauptenweise Leute wieder. Ich glaube, die haben mir gerade alle zusammen angegriffen. Nur bin ich auch so ins Hintertreffen gekommen. Oh. Oh ja, das habe ich mir gerade echt verdient. Das Schwein hat schon wieder Kraft gesammelt in der Zeit. Wir haben unglaublich viele Leute gerade getötet, wisst ihr das? Ein erträglicher Auferlust. Ich brauche auch ein paar neue Leute auf dem Türm. Und vor allem brauche ich... Was ich ganz, ganz dringend brauche... Zum Roku? Hier auf Patrouille. Ja, mein Hass. Nein, ähm... Ich brauche neue Mönche. Falls sie mich wieder angreifen. Die schwarzen Mönche sind bereit. Die haben so einen König schon ganz schön gezeigt. Ach, sind die okay. Oh, als nächstes hole ich mir die Mönche zurück. Wir werden überfallen. Ich werde Richard Löfner zu unten holen. Ach, Mist. Der fängt schon wieder an, sich aufzubauen. Komm, ich habe diesmal vom Schwein gar keine... Waffen bekommen, oder? Ich glaube, ich habe keine gekriegt diesmal. Mach die doch mal kaputt. Wir werden nicht überleben. Wir werden nicht überleben, bin ich mir sicher. Wir werden nicht überleben. Wir werden nicht überleben, bin ich mir sicher. Ja, Herr. Ich glaube, ich glaube, jetzt habe ich schon so lange gewartet. Ihn könnte ich wunderbar angreifen, wenn ich Glück habe. Unsere Schatzkammer lehrt sich. Ist egal. Umgekehrter Evolutionismus. Dummheit überlebt. Eure Beliebtheit steigt. Unsere Schatzkammer lehrt sich. Das Volk huldigt euch seie. Hm. Wenn die Religion wieder da ist, geht's. Ja, Herr. Was gibt's? Ach so, ich habe Lust, 30 erstmal. Ja, Herr. Bewegt euch, Hunde. Braucht 40. Ja, Herr. Ja. Mist. Eine Nachricht vom Kalifen. Ich benötige Güter. Schick sie mir folgende. Oder ich lasse es. Es werden Rekruten benötigt sein. Ja, mein Freund. Ich bin mal ganz ausgeflippt und lass dich mal... ...deinen Scheiß selber machen. Euer Gnaden? Es werden Rekruten benötigt sein. Wie können wir helfen? Gehen wir, Brüder. Wie ärgerlich. Obwohl, das könnte ich eigentlich immer noch machen. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Die haben keine Chance. Die sind so gut wie tot. Nee, lieber diesen Turm. Hühnerfutter. Wahrscheinlich bewirke ich jetzt das Gegenteil, dass er nämlich Einheiten ausbildet, wenn ich angreife. Euer Gnaden? Der Herr ist allgegenwärtig. Problem war jetzt auch, die haben ständig meine Leute getötet und deshalb hab ich... ... ... ... habe ich keinen neuen gekriegt. Ich kann nur einen ausbilden. Euer Gnaden? Es werden Rekruten benötigt sein. Sehr wohl. So. Brot. Läuft soweit. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Meine Welle sind stark und meine Männer guten Mutes. Zeigt uns eure Schleudern und Pfeile. Hm. Ich zeig dir meine Streitfolgen. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Noch ehe dieser Tag zu Ende ist, wird ein Banner über eurem Bergfried flattern. Was wünscht ihr? Seht wie die Mauern fallen. Wacklich wie ein Kartenhaus. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Sehr gut. Ja, das Ding sollten wir jetzt auch noch flatt machen. Das macht nämlich auch... ... rammbegessen. So höre ich besiegt. Und meine Knochen müssen in dieser elendigen Sandwüste ruhen. Bewegung! Los! Den ganzen Weg! Eine Nachricht vom Kalifen. Nun, da ihr ein wenig kämpfen könnt, werdet ihr etwas stärker kämpfen. Ich wäre schon froh, wenn du überhaupt was erstmal auf die Reihe kriegen würdest. Schießt die Baumeister doch bitte weg. Ich werfe euch sehr verbunden. Planen erst an. Verkauf mit der Weg. Also sagen Sie, es werden Rekruten benötigt sein. Oh, das wird sehr, sehr haare ich wieder gemacht. Eure Macht. Für die Kruge. Wir geben unser Bestes. So. So. Sehen wir das Kalapult auch noch gleich zu tun. So gehen die Mauern immer kaputt, das sind die Tunnelgräber. Es werden Rekruten benötigt sein. Was ist denn hier beeindruckend? Wie seht ihr mir auf die Pelle rücken? Das ist schon in gewisser Weise beeindruckend, muss ich sagen. Wir stehen zu euch. Gibst du nicht, was gibt's? Was gibt's? Alter, sind wir zu vieler. Eure Gnade? Es werden Rekruten benötigt sein. Alter, sind wir zu vieler. Ich muss sagen, anders kann ich's grad auch nicht best schreiben. Eure Gnade? Es werden Rekruten benötigt sein. Ja. Wie viel? Wie viel? Boah. Alter, was ist denn das hier? Ein Gemützel-Mützel-Mützel-Mützel. Wir haben mich. Das ist doch eine, eine epische Masse-Schlacht, oder? Nur eine Patrie. Et Spiritus Sancte. Mann gegen Mann. Das Leben der Küchen benötigt sein. Wir stehen zu. Gott steht in Skimmerkopf. Jawoll! Ich brauch's hier einfach in der Defensive, bis ich so was kann. Rechard Löwenheits. Krieg ist ein gefährliches Spiel, my Lord. Wie ihr seht. Ich hab keine Ahnung, was er zerstört hat. Die ist mir grad auch egal. Damen Assam, er kaputtler Wehe. Eure Gnade? Es werden Rekruten benötigt sein, oder? Ah, mein Grundspeicher. Krieg ist ein gefährliches Spiel, my Lord. Wie ihr seht. Ich hab hier keine Feuerballisten diesmal. In diesem Besolde gibt es kein... Es werden Rekruten benötigt sein. Ja, Herr! Zeigen wir es Ihnen! Ja, find ich auch! Oh! Der Himmel erwartet uns! Kommt! Oh, wir kriegen Unterstützung! Welch seltener Vorteil kommt. Ein Nachricht von Richard Löwenheits. Ich glaube er kreft an. Eigentlich. Ich glaube der Unterstützungsrichter kreft das Schwein an. Eine Nachricht von Richard Levenherz. Mutig. Ihr kämpft wie ein Mann. Weiß ich. Euer Gnaden? Es werden Rekruten benötigt sein. Wir stehen zu euch. Mit Gott. Ich überlege gerade, ob ich... Oh. Ein erträglicher Auferlust. Diese beschissenen Kinder. Verpisst euch. Die provozieren mich. Geht doch mal da weg. Dieses bescheuerte Balk. So. Ich baue noch ein Haus. Kommt natürlich der Angstfaktor noch dazu. Vielleicht muss ich die Steuern dann einfach mal zurücknehmen. Ach ja, ich habe ja auch ein bisschen hoch diese Steuern. Die Steuernspeicher verloren. Ihr habt nicht genügend Güter. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch. Na, nur auf all. Wir haben tatsächlich schon zwei Gegner besiegt. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und er verschwendet gerade ein ganzes Geld hier. Das ist auch gut. Ich weiß nicht, wie lange er hier noch überzieht. Es werden Rekruten benötigt sein. Die schwarzen Mönche sind bereit. Gehen wir, Brüder. Wenn er bald langsam sein Geld verliert, dann ist er auf jeden Fall der Nächste. Seit einer von denen fängt an. Wieder so ein komisches... Nee. Ich weiß nicht, manchmal verpackt die KI. Das war jetzt ein großer Vorteil für uns, dass wir einen Gegner damit besiegen konnten. Ich will mich einfach nicht beschweren. Sonst wird er mal auf unserer Seite essen. Ein erträglicher Freund. Der König braucht Schutz. Braucht Schutz mehr der Nähe. Wie haben wir es eigentlich? Oh, ist gar nicht so spät. Ich glaube, ich reiche das hier gerade ganz gut. Das Volk liebt euch, mein Lord. Wie auch scheint, würde ich gerne wieder hoch machen. Ich brauche vielleicht noch eine neue Bäckerei. Eine Nachricht vom Kalifen. Eure Güter sind eingetroffen. Mach was draus. Ich bin bereit auf jeden Fall schon den nächsten Angriff vor, bin ich mir sicher. Ein mühseliges Stück gerade. Aber wir müssen ihn, glaube ich, ganz gut in Zeit mäßig. Wenn ich dann denke, mein erstes Mal habe ich ja acht Stunden auf der Karte verbracht. Ich ärgere mich noch, dass er es nicht geschafft hat. Weil den habe ich sonst immer mitgezogen. Aber vielleicht hat es deshalb so lange gedauert. Weil ich habe ihn quasi geopfert. Es werden Rekruten benötigt sein. Schauen wir mal die Armbrüschschützen. Die sind sehr teuer für ihn. Das sind doch ein paar Anbrüschschüsse mehr als ich dachte. Wettet ihr aber auch nicht. Ich habe das Gefühl, sie schießen schlechter, wenn sie in Bewegung sind. Das mir auch nicht wundert. Wie kann ich helfen? Noch geht es uns einigermaßen gut. Halt blöd, dass man sich nicht heilen kann. Wenn es extrem teuer wäre und wenig bringen würde, ich würde es machen. Also muss man halt wirklich mit seinen Kräften gucken, dass man seinen König so gut wie möglich schützt, dass die ja nie an ihn rankommen. Weil jeder Schaden, den der König kriegt, kann er nicht mehr gut machen. Der hat schon die Hälfte wieder verprasst. Und er hier verprasst Kartoffengeld. Das befürchtet ich auch. Toll, er ist auch dabei. Warte, ich hätt die vielleicht oben, weil wir in Schach. Ich bin sehr beeindruckt von meinen Unteroffizieren. Wie sie meine Befehle einfach so weitergeben. Aber so gar nicht. Oh, der Angriff ist auf jeden Fall schon mal gelaufen. Die hole ich mir jetzt noch. Lieber, rennt sie. Ich bin schon auf die Probe gestellt, die ganze Zeit schon. Blau. Blau. Ich denke schon, ich bin hier Geld. Ja, Löwenwitz hat richtig Geld. Das Schwein. Ach so, der sammelt sich wieder hier bei ihm drin, verstehe. Ich denke schon, ich bin hier. Gott sei nicht mit ihnen. Gott sei nicht mit ihnen.